Guten Tag, ich bin Jürgen Steinauer aus der Kniepex-Mannschaft und ich möchte Ihnen heute unser Elektronik-Zangenprogramm etwas näher bringen. Die Elektronik Superknipp sind extrem flache Seitenschneider. Sie sind aus Werkzeugstahl Blech gefertigt und haben eine präzisionsgeschliffene Schneide, sind genietet im Gelenk, haben eine sehr leichtgängige Feder. Wir haben diesen Elektronik Superknipps in zwei verschiedenen Werkstoffausführungen. Das eine ist ein nicht rostender Chirurgenstahl, hervorragend geeignet, um lange Zeit weiche Werkstoffe präzise zu schneiden. Und das schwarze Material hier ist ein Werkzeugstahl. Mit diesen Zangen kann man dann noch etwas härtere Materialien dauerhaft bearbeiten. Diese kleinen Schneider haben messerscharf gefertigte Präzisionsschneiden und damit sich diese scharfen Schneiden nicht gegenseitig zerstören, wenn sie nach dem Durchschneiden aufeinander prallen, haben wir sie ganz bewusst mit einem ganz winzig kleinen Versatz gefertigt. Den spürt man, wenn man mit dem Finger darüber fährt. Wie gut diese kleinen Seitenschneider schneiden, zeige ich Ihnen in einem ganz winzig dünnen Kupferdraht. Ich habe hier einen 0,2 Millimeter dünnen Kupferdraht mitgebracht und den kann dieses Schneiderchen springend entlang der gesamten Schneide trennen. Aber nicht nur das, sondern dieser Draht lässt sich auch trennen, wenn er aufliegt. Das heißt, die Spitzen dieser Schneiden sind so gefertigt, dass sie aufliegende Drähte von 0,2 Millimeter präzise trennen können. Noch eine Eigenschaft, die mit diesen Schneidern möglich ist, möchte ich Ihnen zeigen. Es gibt eine Variante mit einem sogenannten Abschnittshalter. Dieser Abschnittshalter verhindert, dass Drahtstückchen, die abgeschnitten worden sind, unkontrolliert irgendwo hinfliegen, zum Beispiel ins Gerät und dort Schwierigkeiten verursachen können. Der abgeschnittene Draht wird mit dem Abschnittshalter festgehalten und erst, wenn man die Zange öffnet, fällt dieses abgeschnittene Drahtende von der Zange ab. Solche Abschnittshalter gibt es übrigens auch für die Seitenschneider der beiden anderen Elektronikzangenserie.